Das heißt, derjenige, der am Ende die meisten Punkte beim Skispringen gesammelt hat, der darf dann als erster auf die 10 Kilometer gehen. Und wer als erster ins Ziel kommt, nach den 10 Kilometern, der hat den Weltcup gewonnen. Michael Verpes hat es eben schon angedeutet, es geht super spannend zu beim Kampf um die große Kristallkugel zwischen Johannes Lampater und Jarl Magnus Rieber. Rieber, der ja die letzten drei Mal diesen Gesamtweltcup gewinnen konnte. Und in diesem Jahr, Anfang des Jahres, ein bisschen aussetzen musste aufgrund von Verletzungen. Und deswegen ist es so spannend. Im Augenblick führt Lampater noch mit winzigen 19 Punkten. Beide haben um die 1200 Punkte. Die sehen wir dann direkt am Ende hintereinander mit den Startnummern 46 und 47. Raffaele Butzi aus Italien. Die Italiener in dieser Saison, der Olympischen Saison, weit abgeschlagen. Kaum mal mit Chancen, auch nur auf ein Podium. Insbesondere enttäuschend diese Saison für Alessandro Bettin, den wir schon gesehen haben mit der Startnummer 9. Und das bedeutet, dass er in dieser Saison gerade mal sechs Weltcup-Punkte gesammelt hat. Auch bei Butzi ist es nicht viel mehr. 40 Punkte und die besten, er hin mit Startnummer 14, dann mit der 47. Und er führt im Augenblick, der junge Mann aus Berchtesgaden, Christian Frank. Also ein paar Deutsche sind auch schon vom Backen runtergegangen. Traditionell vier deutsche Athleten dürfen zusätzlich starten. Die sogenannte nationale Gruppe, immer da, wo ein Weltcup stattfindet, darf dann der gastgebende Skiverband entsprechend mehr, vor allem mit jungen Athleten, auch mit herunterschicken. Und Christian Frank im Augenblick also in Führung mit seinem Sprung auf 92,5 Meter. Übrigens auch schon runter, Tristan Sommerfeld, der die große Hoffnung in der Kombination darstellt. Der ist seit 17 Jahren alt und Sommerfeld, ja, Tristan Sommerfeld ist der Sohn von René Sommerfeld, der Gesamtweltkampfsieger im Skilanglauf aus Oberwiesenthal. Junioren-Weltmeister ist er geworden, dieser Tristan Sommerfeld, vor einer Woche in Zakopane mit dem Mix-Team. Dazu Bronze im Einzel. Also da sind große Hoffnungen, wenngleich er natürlich hin zum Top-Team, dem A-Team in Deutschland noch einen weiten Weg zu gehen. Das ist Artu Mekioho aus Finnland. Bei den Finnen wird es einen großen Umbruch geben, zumindest was die Trainer betrifft. Ihr Sprungtrainer aus Österreich, Paul Brissmeier, das war lange klar, wird sich wieder verabschieden. Das war ein Projekt für zwei Jahre hin zu den Olympischen Spielen. Die Erwartungen haben insbesondere Ika Herola und vor allem auch Ero Herbvonen, den wir dann noch sehen werden mit Herola, nicht erfüllen können. Man hatte große Hoffnungen, nachdem die Finnen ja mit Herola eine WM-Medaille im vergangenen Jahr in Oberstdorf feiern konnten. Jetzt bei den Olympischen Spielen hat es für die Finnen für keinen vorderen Platz gereicht. Auch er kann die Weite von Christian Frank nicht angreifen. Artu Mekioho. Antoine Girard schon unterwegs, der 26-jährige aus Ventran, aus den Burgessen. Einige Freunde, Familienmitglieder auch von ihm hierher mitgekommen, ist ja gar nicht so weit im Südwesten Deutschlands. Schon nach im Schwarzwald gelegen. Die sind noch auf dem Weg nach oben. Johann Schmid sehen wir gleich ins Bild kommen hier mit der 38. Weiß ich was, für eine irre Saison für ihn. Der Jüngste im Top-Team der Deutschen mit seinen erst 22 Jahren. Und dann gleich eine olympische Medaille in der Staffel. Am Ende war es die Säberne. Ein Deutscher übrigens heute nicht dabei. Viele Grüße. Ist ja nur einige Kilometer entfernt an Fabian Riesle, der ohnehin eine nicht wirklich schöne Saison hatte. Auch das Olympiaticket nicht sichern konnte. Den Saisonhöhepunkt von zu Hause auserleben musste. Der noch im Weltcup immer dabei war. Bis heute. Ihn hat es mit Corona erwischt. Positiver Test, obwohl der CT-Wert eigentlich über 30 ist. Aber positiver Test und dementsprechend kann er im Augenblick nicht mit dabei sein. Viele Grüße. Hat sich kurz vor dem Weltcup auch nochmal über seine sozialen Medienkanäle gemeldet. Schönes, lustiges Foto mit seiner Tochter gepostet. Also, dem wird nicht langweilig werden. Auch wenn die Saison für ihn enttäuschend war. Aus dem deutschen Lager. Gibt ja einige, die nach dieser Saison die Karriere beenden werden. Gibt es im Augenblick keine Signale, dass auch nur ein einziger der Top-Athleten nicht in die neue Saison gehen wird. In die WM-Saison. Und das gilt auch für ihn, für Erik Frenzel. Der natürlich trübe Minuten, trübe Stunden in China hatte. Während der 10 Tage in Quarantäne nach seinem positiven Corona-Test. Was für ein Drama am Ende. Er hat auch noch mit einer Silbermedaille in der Staffel belohnt. Und in diesem hochdramatischen Rennen, als Erik Frenzel den letzten Kilometern in der Staffelentscheidung an Position 3 gesetzt, abreißen lassen musste, umkippte, noch nicht mehr mehr verfolgen konnte, was der Schlussläufer, was Vinzenz Geiger dann noch auf den Schnee gezaubert hat. Und dass es am Ende noch Silber geworden ist. Ein dramatisches Rennen für Erik Frenzel. Am Ende waren sie alle froh, dass er erstens wieder aufstehen konnte, gesund ist. Und am Tag darauf sind sie dann belohnt worden mit der Silbermedaille. Ja, der Wind, Sie sehen es rechts unten, jetzt dann doch etwas frischer hier auf der Anlage. Gestern in der Qualifikation hat das relativ gut geklappt. Es ist heute nicht ganz so schlimm für ihn, wenn er da in der Leadersbox sitzen muss. Ich habe das angedeutet, deutliche Plusgrade. Jetzt können es vielleicht auch schon 8 Grad oder 9 Grad sein, wenn man in die Sonne dann reinkommt. Dann braucht man auch nicht mehr mehr die dicke Jacke. Das kennt die Athleten, die in China dabei waren. Natürlich auch ganz anders. Dort ja die Kälte. Ein Riesenthema, die vor allem die Energie herausgezogen hat aus dem Körper. Der Blick herunter von der Schanze in den kleinen Ort Schonach hinein. Gut 50 Kilometer nordwestlich von Freiburg am Breisgau gelegen. Auf knapp gut 900 Meter Höhe. 4.000 Einwohner leben hier in diesem Ort. Der berühmt ist für seine Athleten. Übrigens auch für die weltweit größte Kuckucksuhr. Ja, also falls Sie mal in Schonach sein sollten, lassen Sie sich das nicht entgehen. Und Lars Ivers Gasset wird jetzt weniger eine Uhr, sondern vielmehr die Ampel im Blick haben. In der Hoffnung, dass die sich irgendwann zur grünen Farbe wendet. Der Korridor eingestellt von der Jury um Jan Rune Grabe, den Assistenten des Renndirektors Las Otis. Das ist derjenige, der die Ampel bei allen Weltcups und auch bei den Olympischen Spielen bedient. Aber im Augenblick gibt es keine Chance für Lars Ivers Gasset den 24-Jährigen aus Lillehammer hier herunter zu kommen. Das hat weniger damit zu tun, dass es gefährlich ist. Die Windgeschwindigkeiten im Augenblick nur so um die 1,89, maximal 2 Meter pro Sekunde. Aber der Korridor, den die Jury im Vorfeld eingestellt hat, der ist durch die Windgeschwindigkeiten verlassen. Und um einigermaßen faire Bedingungen für alle Athleten mit vergleichbaren Bedingungen zu gewährleisten, im Augenblick also diese Grafik im unteren Teil des Aufsprunghangs rot eingefärbt. Das Einzige, was die Jury machen kann, ist, den Anlauf zu verlängern, den Korridor dann neu einzustellen, um den Wettkampf hier zügig weiter fortsetzen zu können. Und aufgrund dessen, dass der Rückenwind so stark war, die Athleten im letzten Drittel eben nach unten drückt auf den Hand, hat sich die Jury jetzt entschlossen, zwei Etagen nach oben zu gehen. Von der Position 12 jetzt auf die 14. Er hat im wahrsten Sinne den Platz an der Sonne gebucht. Und Christian Frank, der junge Mann aus Berchtesgaden, der seine Weltcup-Premiere in diesem Jahr gefeiert hat, im Januar im Klingenthal. Ich habe es angedeutet, bei diesen Wettbewerben, die man zu Hause im eigenen Land stattfinden lässt, die Chance auch für die etwas jüngeren Athleten, mal Wettkampf-Luft zu schnuppern. Hier auf dieser Anlage auch einige Top-Athleten aus früheren Tagen groß geworden, die auch hier sind. Hans-Peter Pohl, der Team Gold bei den Olympischen Spielen in Calgary gewonnen hatte und bei der BM 87 ebenfalls in Oberstdorf, der sogar noch in Schonach lebt. Ebenfalls mal wieder herübergekommen, Georg Kettig, der Olympiasieger von 2006 in Turin, der sogar am Ortseingangsschild verewigt ist mit einer schönen Grafik, dessen Eltern nach wie vor hier in Schonach leben. Alle sind sie da und freuen sich natürlich, dass dieser Wettkampf jetzt endlich weitergehen kann. Guter Sprung nach dieser langen Pause von Lars Ivers Gasset. 91 Meter für ihn, Rang 14 am vergangenen Wochenende beim Hybrid Cup in Oslo. Das war sein bislang bestes Resultat. Die Norweger, die mit ihrem Top-Team, den Top 5, schon sehr, sehr festgelegt sind, neben Lars Ivers Gasset, der da hinschaut, sind das natürlich Jaumagnus Rieber. Das Gasset jetzt auf zwei, vier Sekunden nach. Frank wird da dann also auf die Spur gehen. Dazu dann Jürgen Braubach, Jens Lördes Off The Row, alle unter den Top 6 im Gesamtweltcup und die beiden Espen, die wir dann später noch in gut 10, 15 Minuten sehen werden. Kodai Kimura, 92 Meter für den Japaner. Alle Japaner auf der Schanze, wirklich mit toller Technik und meist auch guten Weiten. Gestern Yoshita Vataba, der dann mit der 27 kommt, zweitbester, hat ganz lange vorn gelegen in der Qualifikation, ist dann nur noch von Jan-Marc-Uns Rieber ganz knapp abgefangen worden. Wir verabschieden Christian Frank an Niederbord. So, und jetzt hat Kodai Kimura die Führung übernommen. Christian Frank darf sich also in Richtung der Kabinen bewegen. Ein kurzer Blick hier auf die Trainerstation. Lukas Klapfer mit 91 Meter, eine lange, große und zum Teil wirklich erfolgreiche Karriere. Hat er ja nochmal Bronze geholt bei der Weltmeisterschaft. Das ist das letzte Weltcup-Wochenende für Lukas Klapfer. 36 ist er inzwischen der Mann aus der Steiermark, der seine Karriere beenden wird. Morgen wäre vielleicht nochmal mit dabei. Und nachdem die Saison nicht gut angefangen hatte, er am Ende auch das Olympiaticket verpasst hatte, war die Entscheidung dann vielleicht auch nicht so schwer für ihn. Kaum noch Ergebnisse in den vorderen Rängen. Ganz im Gegenteil, er wurde dann zum Teil sogar in die zweite Liga der nordischen Kombination, in den Kontinentalkup geschickt. Und deswegen stand dann die Entscheidung, wo es schon etwas länger auch fest ist, gereift während der Olympischen Spiele bei Lukas Klapfer, der dann demnächst beim Papa im Autohaus eine neue Karriere, eine berufliche Karriere starten wird. Und darauf, dass er vielleicht morgen ja auch nochmal unterwegs ist. Lukas Klapfer, der Österreicher, also mit seinem letzten Auftritt in der nordischen Kombination. Thomas Sportik, der hat noch einiges vor in dieser Sportart. 25 ist er auch erst. Kuriose Szene bei ihm, bei den Olympischen Spielen, also er sich in Richtung Ziel verlaufen hatte. Er hat es schon vier Runden geschafft, beim Mettbewerb von der Großschanze, dann bei den zehn Kilometern und bruch dann falsch ab. Ging nicht Richtung Ziel, sondern ging in Richtung der nächsten Runde. Hat dann einige Plätze noch verloren, ist nur 27. geworden. Das war ja auch Jan Magnus Rieber passiert, nur eben umgekehrt. Der war nach der ersten Runde schon in Richtung Ziel abgebogen. Hat dortig entscheidende Sekunden verloren und am Ende war es nichts mit der Medaille. Einmal mehr für Jan Magnus Rieber, der dann auch auf den Staffeleinsatz verzichtet hat. Soda Yachi, die Japaner, die ja monatelang fährende Heimat sind, die im Spätherbst nach Europa kommen, dann die ganzen Weltkaps hier bestreiten. In dieser Saison gab es ja keinen Weltkaps daheim in Sapporo oder auch in Hakuba, der Olympia-Schanze, wo sie ihr Zentrum haben. Dann geht es meistens kurz über Weihnachten, Silvester mal nach Hause und dann wieder ein paar Monate in Europa. Am Montag geht es dann zurück nach Japan, auch für ihn hier, den Studenten. Wobei, er kann das mal ein bisschen die Beine hochlegen. Es gibt ganze Semesterferien in Japan. Er kann also keine Kollegen mal nicht abfangen. So, jetzt Erdo Hirtebohnen. Hatte vorhin schon über den Sprungtrainer, den Akribischen, den Arbeiter, den Motivator gesprochen, über Kweiber Grissmeier, der Österreicher, der die letzten zwei Jahre die Finnen betreut hat. Im Kombinierlager erhält sich auch das Gerücht, dass Peter Kukow und der Cheftrainer sein Amt niederlegen wird. Das wäre eine klare Zäsur. Christian Frank, bester Deutscher derzeit. Also Frank 3 mit 14 Sekunden auf Kodakimur. Dazwischen Thomas Sportik, der Tscheche, der sich da hineingeschoben hat. So, er auch nicht dabei bei Olympia. Und dann in der vergangenen Woche plötzlich Platz 5 für Philipp Orter beim Weltcup in Oslo mit seinen 26. Das war sein bestes Resultat im Weltcup überhaupt. Breite Brust, natürlich, beim Mann aus Villach in Kärnten. 89 Meter für ihn. Bisschen zu stark den Oberkörper. Da nach oben gerissen. ... erreichen uns Nachrichtigen. Beispielsweise von Nini aus Österreich, die Philipp Orter die Damen gedrückt hat für 89 Meter. 89 Meter. Ja, schon auch gut gelegen. Für viele Nationen entspannt hockt da Johannes Rützig mit der 36 auf der Bank. Hat noch ein bisschen Zeit, bis er dran ist. Simit Tiller, der auch schon 26-Jährige aus Norwegen. Aus Lillehammer. Schöne, weite Vorlage. Geht da ganz tief in den Telemark. Er hat ja zu Hause gesessen und hatte die gepackten Koffer schon dabei. Ähnlich wie das beim deutschen Team bei Manuel Feist der Fall war, was Olympia betraf. Er war der Ersatzkandidat für Rieber. Das norwegische Team hat sich aber dann entschlossen, ihn nicht rüber zu fliegen. 32 Sekunden Rückstand. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch für ihn nach ganz vorn und die Goodbye-Tour, sie geht weiter. Hedea Kinagai, der Älteste im Feld, auch er mit seinem letzten Weltcup-Wochenende der Karriere. 38 Jahre alt ist er, dem Mann aus Nagoya. Guter Sprung nochmal. Auch bei den Japanern deutet sich ein doch etwas überraschender Trainerwechsel an. Der langjährige Chefcoach Takanori Kono ist aber ja erfolgreicher Athlet in der nordischen Kombination mit einer Goldmedaille bei Olympischen Spielen, mit Weltmeistermedaillen. Auch einer goldenen wird sich wohl verabschieden. Er hat ein Gespräch gegeben mit dem Skiverband. Die Japaner toll im Springen. Da kommen die beiden Watabes noch. Und Kimura und Nagai führen diese Sprungentscheidung derzeit an. Dann kann Laurent Mühltaler da was reißen. Gestern beim Springen in der Qualifikation knapp an den Top-Trend ran. An 13 dieser provisorische Wettkampfsprung, der immer einen Tag vor den Wettkämpfen absolviert wird, der gleichzeitig als Qualifikation gilt für den nächsten Tag. Aber auch in die Schublade gesteckt wird sozusagen. Sollte an einem Tag mal so viel Wind sein, dass man nicht springen kann. Dann kann man den dann entsprechend dazunehmen. Und trotzdem die 10 Kilometer absolvieren. Hat entsprechend einen Wettkampf. Johannes Lampater sehen wir da. Den Gesamtweltcup-Führenden, der natürlich ein bisschen enttäuscht war mit seinem Auftritt bei den Olympischen Spielen. Keine Medaille vor allem enttäuschend. Natürlich dann der nur vierte Platz in der Staffel, wo Christoph Eugen, der Cheftrainer, nicht Lampater, auf die letzte Position besetzt hat. Und dann Martin Fritz im Duell um die Medaillen. Deutschland, Japan, Österreich das Nachsehen hatte im Sprint gegen Vincent Skaiger und Ryota Yamamoto. Österreich dort leer ausgegangen. Ein einzig Greiderer, Lukas Greiderer, hatte sich eine Einzelmedaille auf der Normalschanze sichern können. 87 Meter für den 24-Jährigen aus Prémanent. Wind nach wie vor deutlich von hinten. Gibt dann inzwischen zwar, wie Sie das kennen, die Windkompensation, wo die Athleten ein paar Punkte obendrauf bekommen. Aber dieses schöne Fluggefühl, das fehlt natürlich. Sie wollte dann mit seinem Frust über diesen Sprung gleich das Trikot runterreißen. Und dann kam Sophia Ergesheimer, die Media-Koordinatorin des Internationalen G-Verbandes, und hat gesagt, nee, nee, mein Freund, Trikot bleibt mal schön an, solange du noch nicht durch die Mix-Zone durch bist, ist ja gar nicht so einfach für die Kollegen da bei der Interviews. Oh, jetzt für Shitu Ratabe. Toller Sprung! Toller Sprung, toller Shitu Ratabe! Gestern schon Rang 2, fast gleich auf mit dem Dominator Medial-Magnus Rieber. Drei Japaner im Springen jetzt von Yoshito Ratabe. 98,5 Meter vor Hideaki Nagai und Thomas Spottig. Bester Deutscher im Augenblick, Christian Frank auf Rang 5 nach diesem tollen, großartigen Sprung von Yoshito Ratabe. Und einer ist schon runter, über ihn habe ich vorhin schon mal gesprochen. Tristan Sommerfeld, der Junioren-Weltmeister, jetzt bei Stefan Schöner. Tristan Sommerfeld, herzlich willkommen im Weltcup-Zirkus. Es war Ihr Premieren-Sprung, 84 Meter. Nehmen Sie es bitte nochmal mit, wie haben Sie den erlebt, den Sprung? Ja, war nicht ganz optimal, der Sprung. Ich denke, er war ein bisschen auf der späten Seite, habe ihn nicht ganz erwischt. Aber ich bin trotzdem zufrieden, ich bin hier zum Erfahrungen mitnehmen. Und ja, ich denke, da darf ich mir nicht so in Druck machen. Und ja, ich denke, war ganz okay. Und ich darf nochmal gratulieren, denn Sie sind vor wenigen Wochen Dritter geworden im Einzelbataillon Weltmeisterschaft und dann noch Gold geholt im Mixed. Inwiefern ist das auch Rückenwind? Und es gibt Ihnen natürlich auch die Möglichkeit, nächstes Jahr im Weltcup zu starten, vielleicht können Sie das nochmal beschreiben? Ja, das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl. Ja, das motiviert einen, das zeigt einem, dass das Training nicht umsonst war, dass man besser geworden ist. Und ja, ich freue mich dann auf jeden Fall auf die nächste Saison. Du musst nicht quasi selber einen Stadtplatz ersprungen haben, auch unter Kämpf durch diese Medaille. Sie sind auch ein sehr guter Langläufer. Vielleicht kann man darauf noch kommen, das könnte auch daran liegen, dass Ihr Vater Renny Sommerfeld heißt und ehemaliger Weltcup-Gesamtsieger am Langlaufen ist. Inwiefern kann der Ihnen noch Tipps geben, gerade bei so einem Weltcup? Ja, ich denke, Tipps kann er da immer geben. Ja, also er hat da viele Erfahrungen mitgenommen und ich denke, da ist er immer für einen kleinen Tipp da, der ja auch immer mal ganz nützlich sein kann. Und jetzt ist es ein sehr stolz, dass Sie Ihre Erfahrungen im Weltcup-Zirkus sammeln. Vielen Dank, Christian Sommerfeld. Das hat er sehr diplomatisch umschrieben. Also Renny Sommerfeld hält sich meistens sehr zurück, was so das Training betrifft. Tristan Sommerfeld trainiert ja bei Frank Erlbeck in Oberwiesenthal, häufig dann auch gemeinsam mit Erik Frenzel und Terrence Weber, die am Stützpunkt sind, aber wohnt natürlich nach wie vor beim Papa ganz unweit der Schanze, wenn er aus dem Fenster guckt und der Mama natürlich, wenn er aus dem Fenster guckt an der Straße. Das sind quasi 200, 300 Meter bis zum Fichtelberg, zur Fichtelberg-Schanze, da wo dann zumindest die Sprünge absolviert. Das Lauftraining ja ein paar Meter höher oben auf dem Fichtelberg in der tollen Ski-Arena, die nochmal umgebaut worden war zur Junioren-Weltmeisterschaft vor zwei Jahren. Martin Fritz, der Österreicher, der die letzten 20 Athleten hier starten lässt. Es bin Björnstadt Gold bei Olympia. Was für ein großer Erfolg für den 27-Jährigen aus Trondheim. Er und Jürgen Korbach seit Kindertagen beste Freunde, die haben schon als kleine Bengel zusammen diese Sportart betrieben und haben dann gemeinsam auf dem Podium bestanden, sich die Goldmedaille gegenseitig umhängen können. Das war allerdings nichts, nur 88,5 Meter direkt am Tisch im Augenblick. Windgeschwindigkeiten um bis zu drei Meter pro Sekunde. Wind zirrtet auch ziemlich schnell hin und her, das ist auch nicht einfach für die Jury. Und die Trainer, ein Zwölf im Augenblick für ihn, für Espen. Björnstadt, der Blick von Johannes Lampater, der Mann im gelben Trikot. Da rechts haben wir Vincent Geiger und er hier mit einer Medaille, riesen Erfolg. Ich bin der einzige Österreicher, der mit einem dicken Grinden nach Hause geflogen ist. Lukas Greidera, der 28-Jährige aus Absam bei Innsbruck. Was geht heute hier beim Abschluss-Weltcup-Wochenende in Schona für ihn? Für ganz vorn, für die Japaner, für Yoshito Watabe, für diesen riesen Satz von Yoshito Watabe reicht es nicht. Aber immerhin 90 Meter, Yoshito Watabe, eine Minute 19 Vorsprung vor dem Zweiten, vor Kodai Kimura. Christian Frank, der Mann aus Berchtesgaden, nach wie vor auf Rang 5, 1, 33 hinter Yoshito Watabe. Aber der Rückstand auf den Zweiten und Dritten, auf Kimura, Morgai, nach wie vor sehr gering. Und in dieser Ebene ordnet sich jetzt auch Lukas Greidera ein. Der nächste Deutsche wird dann übrigens Manuel Feist mit der 33 sein, der über Umwege es ja geschafft hatte, dann zu Olympia zu kommen. Und er ist jetzt hier im Herbst, im Herbst dieser Saison richtig gut drauf. Franz Josef Rell springt da ganz weit runter. Top 10 Resultate am laufenden Band und er knackt die 100-Meter-Marke. 103,5 Meter für Franz Josef Rell. Schanzenrekord hier auf der Schanze liegt bei 108,5 Meter, aufgestellt von, na wem schon, von Jan Magnus Rieber im März 2019. Da ist noch ein bisschen Luft, aber dass der so weit runter fliegt, das ist kein Wunder. Erstens, weil er es richtig gut kann, aber zweitens auch, weil er einen richtig schönen Hauch von vorne hatte. Entsprechend bei ihm, trotz der viel größeren Weite, nicht die Führung, sondern 23 Sekunden hinter Yoshito Watabe. Er hat in Bezug auf den Wind 4,5 Punkte abgezogen bekommen. Bei Yoshito Watabe gab es 5,5 Punkte obendrauf. Und deswegen bleibt also Yoshito Watabe im Augenblick in Führung. 23 Sekunden wird er vor. Real auf die Strecke gehen. Ryota Yamamoto, der kann auch in diese Regionen springen. 105 bräuchte er für die Führung. Schöner Aufwind für ihn und er sprengt da hin. 4 Japaner unter den besten 5. Bis hierher, klar die Top 15 des Weltcups, die kommen noch, aber das ist bis hierher eine sehr starke geschlossene Mannschaftsleistung der Männer aus Asien. Auch er mit 103,5 Meter hatte nicht ganz so viel Probleme bei der Landung und deswegen bekommt er mehr Jurypunkte obendrauf und wird gemeinsam mit Yoshito Watabe rausgehen. So, jetzt Mann mit Feist. Heidberg Cup für ihn, für den Mann aus Oberried in der Nähe von Freiburg. Guter Sprung. Hat er ja zu Hause gesessen, war todtraurig, dass er kein Olympia-Ticket abbekommen hatte. Was an diesem Team so schwer ist, hatte ein Podestplatz in Ottepe. Er war Dritter geworden im Weltcup und dennoch war er nicht unter den Top 5, denen Hermann Weinbucher ein Ticket nach China in die Hand drücken durfte. 91,5 Meter für Manuel Feist. Der nun wieder komplett andere Windbedingungen hatte. Und deswegen, trotz dieser nicht gerade überragenden Weite, ist es nicht so viel an Abstand. Er bekommt 4,5 Punkte obendrauf. Da sehen Sie mal, wie schnell die Bedingungen im Augenblick wechseln. Jetzt die Ampel mal zunächst auf rot. Sie sehen das auch immer schön links oben in der Grafik. Im Augenblick also hinter dem Skispringer. Das heißt, wir haben Rückenwind. Und solange diese kleinen Bewegungen da oben in der roten Farbe daherkommen, heißt das außerhalb des Korridors, solange die gelbe Ampel dem Athleten das Signal gibt, es könnte noch was passieren, bleibt er auf dem Balken sitzen. Jetzt die rote Ampel und das bedeutet, dass sich Espen Andersen zunächst mal vom Balken ein bisschen wegbewegt. Dann das Signal, gelbe Ampel. Okay, ich rutsche zurück. Und sobald die Ampel auf grün gestellt ist von der Jury, hat es dann der Trainer. In dem Fall ist es wahrscheinlich wieder Tom Hilde. Ja, sieht so aus. Der ehemalige Top-Skispringer, der die Norweger in Sachen Skispringen betreut. In der Nationalmannschaft. Dann die Chance, ihn abzuwinken. Das macht er. Unruhige Luftfahrt vom Olympiasieger. Im Team hier, gemeinsam mit Espionstadt, Jürgen Gräubach und Jens Louros-Oftebrow. Das Gold im abschließenden Wettbewerb bei den Olympischen Spielen. Dann der Mann aus Lillehammer, der dort gemeinsam unter anderem mit Jan Magnus Rieber trainiert. Der vor anderthalb Jahren nach Lillehammer gezogen ist von Oslo. Da, wo er aufgewachsen ist am Holmkollen. In dieser gut zwei Stunden nördlich von Oslo gelegene Wintersportstadion per Stadt. Mit noch besseren Trainingsbedingungen, weil da oben eben einfach länger auch stehen liegt. So, jetzt das rote Trikot und das heißt, er ist der beste Läufer im gesamten Feld. Der Kombinierer über die gesamte Saison geht der Herrola, der Finne. Aber das Springen, Sie sehen es schon mal von der Art und Weise, wie die Flugfahrt verläuft. Das ist nicht unbedingt einer, der sich eine gute Ausgangsposition verschafft. 92 Meter für ihn bei fast Laborbedingungen. So, das sind 1,24 nach ganz vorn. Das ist für einen wie ihn hin zu Yamamoto und Yoshito Watabe durchaus etwas, was funktionieren kann. Ganz ruhig sitzt er da. Der gesamte Wettkampf führende Johannes Lampota, bei dem es heute um die Kristallkugel geht. Johannes Ritzek, der enttäuschte von Peking, der so spät in der Saison, als das Ticket sich sichern konnte, dann einen tollen Wettkampf hingelegt hat von der Normalschanze und am letzten Berg in Führung liegend noch von Vinzenz Geiger und Jürgen Graubach abgefangen wurde. Auch Lukas Greiderer hatte sich dann noch berappelt am Ende für Johannes Ritzek, Rang 5. Und beim Wettbewerb von der Großchanze ist er dann förmlich explodiert auf der Laufstrecke, nur 28. Und dann gab es eben keinen Staffelplatz und damit hat er ganz ehrlich immer noch zu kämpfen. Wir haben auch bislang kein Gespräch mit dem Bundestrainer. Und auch die Kommunikation mit uns, die normalerweise mit ihm in den letzten Wochen immer einfach und entspannt war. Nicht einfach. Sucht nicht gerade das Gespräch, um es mal so auszudrücken. Aber diese Enttäuschung ist natürlich auch nachzuvollziehen, wenn man da drüben ist unter den besten fünf eines Landes und es gibt vier Startplätze, dann hofft man natürlich auch den vierten Startplatz zu bekommen. Am Ende hat sich Hermann Weiburg für Erik Frenzel entschieden. Nach einem tollen Sprung von Erik Frenzel dann halt die Probleme auf der Strecke. Vinzenz Geiger hat dann noch Silber gewertet. Akito Watabe, auch nicht gerade seine Saison. Kein einziger Podestplatz für den Japaner. Aber bei Olympia, da war er da. Bronze geholt, war ein Doppelverfolg der Norweger von Grovac. Und auf der Bro von der Großschanze, 90,5 für ihn. Ja, das Springen in dieser Saison nicht derart konstant, dass er vorn mitspringen konnte. Er hat sich auf Rang 4 ein. 47 Sekunden hinter dem führte Jorjata Yamamoto. Und Manuel Feist, der Mann mit der Supermedaille von Olympia, jetzt bei Stefan Schöner. Manuel Feist, Akito Watabe hat sie gerade auf Platz 6. Und Manuel Feist, Akito Watabe hat sie gerade auf Platz 6 verdrängt. Sie sind aber gar nicht zufrieden mit dem Sprung. Hat eine Rückenbänke gehabt, 90, aber 91,5 Meter. Aber wie ist Ihre Einschätzung? Ja, war auf jeden Fall schon besser als der PCA gestern. Da war ich einfach viel zu spät am Tisch. Und ja, ich merke einfach so langsam, dass die Energie so ein bisschen raus ist. Aber ich versuche jetzt die zwei Tage nochmal alles zu geben, was irgendwo drin ist. Und ja, ich schaue mal, was die letzten 10 noch machen. Und dann gehen wir nachher auf die Leube. Es war für Sie sicherlich auch die verrückte Saison Ihres Sporterlebens. Gekrönt wurde mit der Silbermedaille eben dann bei den Olympischen Spielen. Wie läuft man denn so durchs Leben mit Silber dekoriert? Ja, schön natürlich. Klar, es haben sich alle zu Hause riesig gefreut. Und man wird doch sehr oft darauf angesprochen. Also es wird doch medial nochmal ganz anders wahrgenommen wie zur normalen Weltcup. Und ja, die letzten Wochen waren einfach verrückt. Und ich denke, da brauche ich jetzt auch noch nach der Saison dann mal noch den einen oder anderen Tag, wo ich da dann wirklich das alles realisieren muss. Und ja, dann wieder auf das nächste Jahr voll angreifen kann. Würden wir uns jetzt noch auf den heutigen Lauf freuen? Ja, schauen wir mal, was nachher noch möglich ist. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall spannend. Vielen Dank für Glück dabei. Danke. Ein so sympathischer junger Mann aus Oberried in der Nähe von Freiburg im Breistrad. Muss man sich mal vorstellen, der war eigentlich schon raus. Aber er hat sich weiter fit gehalten, hat sich fokussiert. Okay, es könnte immer passieren aufgrund eines positiven Corona-Tests seines anderen Athleten, dass ich doch noch nachgeholt werde nach China zu den Olympischen Spielen. Hat auch die gesamte Testprozedur, die man ja benötigt in den zwei Wochen davor, durchlaufen lassen. Und dann kam der Anruf von Hermann Weinburg, die tragischen Ereignisse um Erik Frenzel und Terrence Weber. Dann fliegt er rüber und holt sich fast schon eine Medaille im Einzelnen an der Großschanze. Und dann gibt es Silber. Wie auch für ihn hier, für den Youngster im deutschen Team A, für Julian Schmid aus Oberstdorf. So lässig, so locker, so lustig kommt er oft daher. War dabei in der Staffel, gab dann zu Hause in Oberstdorf einen großen Empfang vor dem Haus. Ausdeltern von Vincent Geiger. Die beiden sind gut befreundet. Wir bringen auch abseits des Trainings viel Zeit miteinander. Das war, wie er sagt, ein wunderschöner Augenblick, die Freunde, die Familie wiederzusehen. Endlich mal auch die Sachen wieder auf dem Tisch stehen zu haben, die wirklich lecker sind. Ob es der Grühbein oder andere Dinge waren, die schon runter sind, mit den ganz frühen Startnummern, die aus der nationalen Gruppe gestartet sind. Schauen auf die Monitore und schauen auf Julian Schmid, der im Augenblick nicht runtergehen kann. Das ist nicht etwa gefährlich, sondern es ist einfach zu viel Rückenwind im Hang und das würde ihn sofort nach unten drücken. Ähnlich wie es vorhin ja auch Akito Vataba gegangen ist, der nur 90,5 Meter schaffte, aber fast 12 Punkte obendrauf bekam. Den Hinterkopf würde ich mal Jagen Magnus Rieber zuordnen, der angreifen will, der natürlich das gelbe Trikot auch in dieser Saison für sich überstreifen will. Könnte ihm schon morgen vergönnt sein. Es liegt nur 19 Punkte hinter Johannes Lampater, 100 Punkte gibt es für einen Sieg, 80 Punkte für den zweiten Platz. Also sobald er gewinnt, ja Magnus Rieber, da kann sich Lampater strecken, wie er möchte, würde er zumindest, auch wenn Lampater Zweiter wird, einen Punkt vor ihm sein. Es ist so hochspannend, wie lange nicht in dieser Wertung um die große Kristallkugel in der nordischen Kombination. Also, Julian Schmid jetzt draußen, der Oberstdorfer. Bedingungen nicht so schlimm wie vorhin bei Akito Vataba. 91 Meter für ihn, bekommt nur 0,4 Punkte obendrauf. Bei Vataba waren es vorhin 11,9 und bei einer ähnlichen Weite wird ihm das ein bisschen weiter nach hinten schieben. Natürlich ist jetzt langsam auch der Akku ein bisschen runter. 1,18 nach ganz vorn auf Ryota, Yamamoto und Yoshito Vataba, die nach wie vor führen. Mannelfeist im Augenblick auf Rang 6. Und dann die beiden aus Gaia Märzgebirge, die für den Verein in Gaia nach wie vor starten. In Oberwiesenthal häufig trainieren und in Flossenbürg in der Oberpfalz leben. Nämlich Terrence Weber und Erik Frenzl, aber zunächst mal Mario Seidel. Am vergangenen Wochenende auf dem Podium, Rang 2. Der kommt wie auf Franz Josef Real jetzt zum Ende der Saison wieder richtig gut in Schuss. Beide hatten ja mit Kreuzbandverletzungen lange zu kämpfen. Bei Olympia waren sie beide noch nicht so gut dabei, dass es für einen Podiumsplatz gereicht hätte. Aber jetzt in den letzten Wochen in Oslo 6. am ersten Tag, 2. am Sonntag und im Augenblick Rang 5 für ihn. Knapp hinter Akku Vataba für Mario Seidel. So, jetzt Terrence Weber. Das ist nicht einfach für ihn im Augenblick. Der Kopf, der hängt auch ganz schön tief in diesen Tagen. Fährt da rüber nach China. Mit einer Topform. Zehntal Quarantäne, kein Wettkampf. Tieftraurig, immer noch. Aber so ein Sprung wie jetzt, der sollte doch versöhnen. 97 Meter für Terrence Weber, der endlich auch mal mit den Bedingungen ein bisschen Glück hat. Bekommt dann zwar zwei Punkte abgezogen, aber dieses Luftpolster ist da. Und er kann den Sprung schön weit runterziehen. Und sehe ich da sowas wie ein kleines Lächeln? Das haben wir lange, lange, ich glaube vier Wochen lang von ihm nicht gesehen. Rang 4 im Augenblick für ihn. Nur 37 Sekunden hinter dem führenden Japaner Ryota Yamamoto und Yoshito Vataba. Beide ja vorn. Yamamoto mit einem Zehntel besser. Aber wenn beide gleich rausgehen. Erik Frenzel, auch der ist platt, sagt er. Was kann man noch rausholen aus diesen Knochen, aus den Muskeln? Guter Sprung von Erik Frenzel und er setzt auch mal in Telemark. Schön gemacht. Das sind jetzt sehr schöne Bedingungen für Erik Frenzel. Nicht ganz so weit für ihn wie zuvor bei Terrence Weber. Heinz Kutin sehen wir links gemeinsam mit Kai Brach, der die Kamera vor der Nase hat. Die beiden, die sich ums Springen innerhalb der Länge der Nationalmannschaft kümmern. Ja gut, aber das war so die Reaktion bei den Coaches. Das ist unabhängig Frenzel. Gute Minute nach ganz vorn. Bester Deutscher im Augenblick. Also Terrence Weber auf Rang 4. Er immer noch von Ryota Yamamoto, der in den letzten Wochen und Monaten so häufig mit Migräneanfällen zu kämpfen hatte. Deswegen auch den einen oder anderen Weltcup verpasst hatte. Aber eben seine Mannschaft zu große in der Staffel geführt hat bei Olympia. Jens Lodas auf Zubro. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Der Olympiasieger in jenem Wettbewerb in der Staffel. 21 Jahre ist er alt. Der Jüngste in diesem Top-5-Team der Norweger. Wind für ihn jetzt nicht ganz so schön. Da fehlt ein bisschen was von Aufwind. Das geht nicht. Athleten jetzt aus der Position 13 raus. Fünf nach oben. Und darunter auch natürlich die beiden Top-Leute in Sachen Springen. Den besten sehen wir da im blauen Trikot. Best Jumper, das ist Jan Magnus Rieber. Und der zweitbeste, das ist ein halber Norweger. Christian Nils, der seit zwei Jahren in Trondheim lebt. Und von den Norwegern komplett auch auf den Wettkampfreisen betreut wird. Auch er mit Corona, wie auch Rieber. Der Erste, den es erwischt hatte, hat sich erholt. Toller Sprung von Christian Nils. Der Seit langer Zeit gab es ja mal wieder einen Weltcup in OTP. An diesem Wochenende. Die Biathleten sehen wir dann später heute noch live im Ersten in Estland. Wird spannend sein, ob die Kooperation zwischen dem estnischen Verband, zwischen Christian Hilfes und den Norwegen weitergeht. Beide Seiten wollen es. Ob man es entsprechend finanzieren kann. Es sei ihm mehr als gegönnt. Hat einen riesen Sprung gemacht. Sowohl beim Springen, aber auch beim Laufen. Rang 3 für Christian Hilfes. Unterstützung aus Ostland, auch hier im Schwarzwald. Jürgen Graubach, Doppelgold in Peking, in Jean-Jacques, da oben in den Bergen. Damit ist er jetzt so etwas wie eine Kompilierer-Legende. Viermal Gold bei Olympischen Spielen. Noch kein einziger Athlet in dieser so traditionsreichen nordischen Sportart jemals gewinnen können. Da rutscht ihm der linke Ski auch noch weg. Entsprechend Haltungsnoten auch näheren die 17,5, 92,5 Meter, 1,12 Rückstand. Er ist also dort mit Mandelfeist, mit Johan Schmid, mit Erik Frenzel zusammen. Vincent Geiger auf dem Balken und Jan Magnus Rieber da rechts. Der ist gleich dran. Er kann ganz entspannt aufspringen. Er genießt es. Er sagt, tipptopp immer alles noch. Mit dem Körper, ich freue mich riesig auf Schonach. Kann er das hier auf der Schanze noch mal zeigen? Und Vincent Geiger, solider Sprung für den 24-Jährigen, der sich im ersten Wettbewerb mit einem grandiosen Lauf Golds bei Olympia gesichert hatte. Er kippt ein kleines bisschen nach links, so nach 30 Metern ab. Er kann das gut korrigieren. 94 Meter für Vincent Geiger bei ordentlichen Bedingungen. Wo ordnet er sich ein? Oh, herrlich. Endlich wieder dieser Sound der Zuschauer. Rang 9 für ihn. Alle ganz knapp beieinander. So, jetzt das große Duell um die große Kristallkugel. Jan Magnus Rieber gegen Johannes Lampata. Rieber, gestern der Beste in der Qualifikation, hält den Schanzenrekord mit 108,5 Meter und greift die grüne Linie einmal mehr an. Die grüne Linie, die bedeutet, er würde die Führung übernehmen vor Ryota Yamamoto. 1,5 Meter nochmal oben draufgesetzt bei sehr guten Bedingungen. Am Tisch perfekt. Er hatte ja nach seiner Corona-Infektion beim Training der Spezialspringer in Peking einen Auftritt als Vorspringer und war dort Drittbester. Bei den Spezialspringern. Hätte also dort durchaus Chancen auf eine Medaille gehabt. Bei den Besten, die nur springen. Das unterstreicht einmal mehr, was er für ein Riesenmann ist auf der Schanze. Deutliche Führung, 31 Sekunden vor Ryota Yamamoto. Weil Yamamoto eine Etage weiter oben gestartet war. Da kann Johannes Lampata das jetzt kontern. Da lastet jetzt ein bisschen was auf diesen schmalen Schultern. Der 20-Jährige aus Absagen. Beil und Pierre hat dem Druck nicht standhalten können. Ja, jetzt würde er gerne natürlich starten. Jetzt hat er eine richtige Fackel von vorn. Aber das lässt die Jury entsprechend nicht zu. Wäre jetzt außerhalb des Korridors. Aber wenn diese roten Pfeile sich irgendwann in schwarze verwandeln, dann wäre es natürlich klasse, wenn er mit einem schönen Aufwind diesen Sprung hier bestreiten könnte. Johannes Lampata, letzte Saison ist ein Stern aufgegangen. Erst Junioren, Weltmeister geworden und dann ohne große Erwartungen zur Weltmeisterschaft nach Oberstdorf gefahren. Und dann holt er dort zweimal Gold. Nochmal. Die Bindung checken. Die kleinen Stäbe, die Schied am Plan stellen. In diese 25 Grad, damit man eine schöne Fläche hat, wo der Aufwind angreifen kann. Ja, und Magnus Rieber in der Leadersbox. Da, wo er sich wohlfühlt. Wenn er heute gewinnt, holt er sich das gelbe Trikot von Lampata zurück. Lampata ist ein guter Läufer. 20, 30 Sekunden, das ist ihm zuzutrauen, dass er die auf Rieber aufholen kann. Aber mehr dürfen es nicht sein. Jetzt sieht es gut aus. Alles im Lot. Aufwind ist da. Grünes Licht ist da. Das sind perfekte Bedingungen jetzt für Johannes Lampata. Was kann er draus machen? Kann er Rieber jetzt kontern? Guter Sprung. Guter Sprung von ihm. Aber er hat da auch perfekte Bedingungen. Wert übernommen die 18,5. 97,5 für Johannes Lampata. Also, da hat Rieber ordentlich vorgelegt. Mit den besten Chancen, sich heute den Sieg zu holen. Johannes Lampata zufrieden mit dem Sprung. Aber auf Rang 6. Eine Minute auf Rieber. Das ist eigentlich zu viel. Also beste Chancen für Rieber. Heute hier, sich das gelbe Trikot zurückzuholen. Beste Chancen aber auch für die Deutschen. Auf Rang 7. Bester Deutscher. Das ist Terrence Weber. Er kann heute Nachmittag um 14.15 Uhr angreifen. Sich das gelbe Trikot zurückholen. Ja, Markus Läber. Das war es mit dem Springen. Heute Nachmittag dann das spannende Laufen über 10 Kilometer. Erstmal weiter in Köln mit Michael Werbes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017